WMOMO Logistics GmbH Unsere LoadRunner Systeme werden mit RFID ausgestattet sein. Mit deren Hilfe erhalten die LoadRunner frühzeitig und kontaktfrei Informationen über die zu transportierenden Pakete. Die Radio Frequency Identification übermittelt die Informationen über ein elektromagnetisches Feld. Dabei bietet sie eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Identifikationsmöglichkeiten. Das RFID-System besteht dabei aus einem RFID-Reader, der sich an den LoadRunnern befindet, und den RFID-Transpondern, die sich an den einzelnen Paketen befinden. Über das elektromagnetische Feld versorgt der RFID-Reader den Transponder mit Energie und Takten. Im Gegenzug findet ein gegenseitiger Informations- bzw. Datenaustausch statt. Doch wo liegen die Grenzen dieser Technologie und hindern diese uns, ein RFID-System zu implementieren? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, brauchen wir die Projektteams. WMOMO Logistics GmbH 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 WMOMO Logistics GmbH